Benni aus Hollywood in Florida raucht nur echte kubanische Zigarren. Die ihr hier seht, die kostet 88 Dollar. Er raucht drei Stück am Tag und ist mit seinem Leben zufrieden. Und das ist eben Florida. Florida, da wo die Sonne überläuft. Übrigens, die Schneidling kommen aus Solingen, aus Deutschland. Wie kann es anders sein?